Und der zweite Platz, der geht an Helge Lieblich. Jetzt wird es ganz spannend. Dr. Blasewas, wie immer, beschallt. Ist doch ein Geheimnis. Na, im Moment, das wäre das erste Geheimnis. Also, den ersten Platz hat gemacht vom Schwimmverein Schwäbisch-Grupp. Und der Nummer Uno. Die Musik zurasion. Das ist alles. Mein lieber Henning, herzlichen Glückwunsch von uns allen. Ein bisschen, wirst du überrascht und dir hattest du die Sprache verschlagen, soll ich das so oder ist das jetzt nur der Eindruck? Ja, ich habe schon die Sprache verschlagen, also, ähm, das macht einen nervös, aber überrascht bin ich, ja, und klar freue ich mich, aber jetzt gerade wahrscheinlich noch nicht, weil ich ein bisschen nervös bin. Und so, Applaus noch mehr, da, oder, 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 oder? Er hat nicht damit gerechnet und, ähm, ich wurde informiert vorher, so im Moment, da stehen Sie ja ziemlich auf eigenen Beinen, Sie sind zu Hause, Sie kümmern sich um alles selber, weil ich glaube, die Eltern sind im Ausland. Ja, die sind, ähm, letztes Jahr nach Äthiopien gegangen, für zwei Jahre und jetzt in Saarbrücken in Metternat bin ich zur Zeit alleine und, ja, mit Freunden und Unterstützung von anderen geht das schon. Und trotzdem diese Erfolge, ja, das braucht schon mentale Stärke, aber die Eltern fehlen Ihnen, oder? Ja, klar, ab und zu kommt das schon hoch, aber das ist geil und und zutage kann man das alles leben. Ja, ja, aber, meine Damen und Herren, lieber Demi, er ist jetzt von sich aus ein bisschen weiter hier zurückgegangen, damit er den Eltern, vor allem seiner Mama, die er sehr mag, damit er ihr näher ist, also, es ist halt so, ne? Wir haben noch mal eine Überraschung. Darf ich die Mama auf die Bühne bitten? Ich freue mich sehr, seit wann sind Sie denn jetzt da? Seit zwölf Stunden. Und hat alles gut geklappt, keine Schwierigkeiten. Mensch, also, wir haben ja gebibbert. Und, Henning, Überraschung, perfekt. Perfekt, ja. Ja, dann gehen wir noch mal drüben. Das heißt natürlich jetzt, wie heißen Sie denn mit Vornamen, Herr Magen? Darf ich Karin sagen? Das heißt natürlich jetzt, lieber Henning, wenn die Mama hier ist, die sportlichen Erfolge für 2015, die kommen ja jetzt automatisch. Jetzt sind Sie ja beflügelt davon. Was haben Sie sich jetzt vorgenommen für dieses Jahr? Was wäre das größte Ziel? Also, auf jeden Fall, mein Ziel ist, auf jeden Fall, wenn die Jugendweltmeisterschaften teilzunehmen in Singapur dieses Jahr, also, ne? Diese Saison. Und, ähm, ja, vielleicht eine Teilnahme beim Perspektiv-Team für Rio und Tokio 2020. Also, dann wünsche ich Ihnen auch vielen Glück bei Schwierigkeiten. Und gute Superpreise. Und der Karin übergeben wir jetzt den Preis. Ja, ein Stück schwäbischen Münd. Lieber Helge Lieblich, er hat ein super Jahr hinter sich. Wie kann es auch anders sein? Wir haben gerade eben gezählt. Wir waren jetzt schon vier oder fünf Mal gemeinsam auf der Bühne. Einmal durfte ich bitten. Vielen Dank. Ich fiebere dem Moment entgegen, wo ich das mal wieder darf. Was, was steht an? Was wäre das, ja, Hervorragendste, was Sie erreichen könnten in diesem Jahr? Was Sie sich eigentlich wünschen? Ja, also, erst mal, letztes Jahr war mein persönlich bestes Jahr. Ähm, ich habe schon irgendwie, ja, den Fuß in die Tür bekommen. Ähm, die wird jetzt aufgestoßen, auch wirklich, dieses Jahr. Und, äh, die Teilnahme meiner Weltmeisterschaften, die ist ja in Glasgow, mit dem Team. Und wenn wir dort auch mit der Westen nachkommen, sind wir direkt qualifiziert für die römischen Spiele. Und wer dieses Jahr so in der Mannschaft mit dabei ist, wird dann auch bei den Spielen gestarten. Eigentlich so, es ist eigentlich immer die Rede. Und, äh, das ist das große Ziel, mit der Mannschaft da hinzufahren. Und, äh, ja, vielleicht darf ich dann Henni da noch? Ja. Wahnsinn. In Rio 2016 wäre natürlich geil. Ja. 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 Ja, ja. Aufs Collection. Ja. 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 Ditte. Vielen Dank, wenn du mit der Unterkunft hersteller bist. Die Pädagogische Ausbildung wird in etwas Größeres Herzlichen Glückwunsch und wieder zurück an Eure Pädagogische Ausbildung Die Pädagogische Ausbildung und wieder zurück an Eure Pädagogische Ausbildung Die Pädagogische Ausbildung und wieder zurück an Eure Pädagogische Ausbildung Die Pädagogische Ausbildung und wieder zurück an Eure Pädagogische Ausbildung Die Pädagogische Ausbildung und wieder zurück an Eure Pädagogische Ausbildung Die Pädagogische Ausbildung und wieder zurück an Eure Pädagogische Ausbildung